Bosch Druck ist einer der führenden Bogen-Offset- und Digitaldruck-Dienstleister in Europa. Wir kamen vor zwei Jahren an den Punkt, dass weiteres Wachstum in den bestehenden Abläufen nicht mehr möglich war. In der Vorstufe fehlten uns zentrale Softwarekomponenten, um unsere Automatisierung weiter voranzubringen und in der Produktion immer wieder die Übersicht, wo die einzelnen Produkte waren. Interprint Production versetzt Produktionsbetriebe der grafischen Industrie in die Lage, große Bestellvolumina aus eShops und Web-to-Print-Systemen effizient und hochgradig automatisiert abzuwickeln. Interprint Production bildet den gesamten Workflow ab. Das Modul Auftragsannahme übernimmt per FTP-Transfer die Produktionsdateien. Die Auftragsdaten werden in die zentrale IPP-Datenbank eingelesen, die Druckdaten auf dem Fileserver abgelegt. Das Pre-Press-Interface fasst gleiche Produkte in optimierten Chargen zusammen. Diese werden per Job-Ticket an den Vorstufen-Workflow zum Datencheck und zur automatisierten Montage übergeben. So werden Daten, die nachts übermittelt wurden, automatisiert verarbeitet und stehen morgens zur Produktion bereit. Im Modul Disposition werden die Chargen auf die vorhandenen Maschinen verteilt. Per Knopfdruck werden die Daten an die RIP-Server übergeben oder bei Kapazitätsengpässen an Partnerbetriebe weitergeleitet. Für die Produktion werden Laufzettel erstellt, die die Produkte auf ihrem Weg begleiten. Der Drucker erhält elektronisch und über die Laufzettel alle wichtigen Informationen über die zu druckenden Aufträge. Nach dem Druck werden die Laufzettel gescannt und damit der Status Druck-OK erfasst. Produktionszeit und Standort der Chargen werden in Echtzeit dokumentiert. Dadurch gewinnen Kundenbetreuung und Management den Überblick über den Status jedes Jobs. Und dies auch bei mehreren tausend Einzelprodukten. Das Modul Laufzettel ist konfigurierbar für alle Produktionsschritte von Druck bis Weiterverarbeitung. Bei Verarbeitungsfehlern können Nachdrucke angestoßen und mit Priorität defekte Teile nachproduziert werden. Den Abschluss der Produktion bildet die Qualitätskontrolle. Mit dem Status Produktion OK ist das Produkt fertig und kann den Weg in den Versand antreten. Da nicht alle Teile einer Bestellung zeitgleich aus der Produktion kommen, bedarf es eines softwaregestützten Regalsystems zur Zwischenlagerung der fertigen Produkte. Das Modul Kommissionierung übernimmt diese Aufgabe. Hier können Produkte ein- und ausgelagert werden, erhalten einen passenden Lagerplatz und finden anschließend zu einer Bestellung zusammen. Im Modul Versand werden alle Positionen einer Bestellung ein letztes Mal überprüft. Wenn sie vollständig vorhanden sind, werden die Frachtpapiere und das Versandetikett gedruckt. Wenig später wird Interprint Production die von der Versandsoftware übermittelten Tracking-Codes an das Kundensystem übergeben. Damit wissen alle Beteiligten, vom Auftragsmanager bis zum Endkunden, dass die Bestellung erfolgreich produziert und versandt wurde. Dank des Interprint Production haben wir in Summe die Durchlaufzeit reduziert und die Fehlerquote minimiert. Positive Resonanz von unseren Kunden und insgesamt dem Markt haben es uns ermöglicht, dass wir über diese Wachstumsbarriere hinwegkommen und uns für die Zukunft sehr gut positionieren. Interprint Production – die Produktionssteuerung für das hochvolumige Web-to-Print-Business.